DJI hat seinen neuen Gimbal, den Osmo Mobile 6, veröffentlicht und alle reden nur noch davon, wie gut er ist. Ich habe mich dennoch gegen einen Kauf vom neuen DJI Gimbal entschieden und stattdessen den hohem iSteady Mobile Plus in der 2022er Edition gekauft. Grund Nummer 1 ist das Design und die Handhabung. Da ich es gewohnt bin mit Gimbals für professionellere Kameras zu arbeiten, finde ich es toll, dass der iSteady Mobile Plus genauso aussieht, mit Ausnahme der Smartphone Halterung anstelle einer Kameraplatte. Und er funktioniert auch genauso. Grund 2 ist, dass der iSteady Mobile Plus mehr Bewegungsmöglichkeiten bietet als zum Beispiel der DJI Osmo Mobile 6. Das liegt an der Bauweise. Während der Gimbal vom hohem eine klassische 3-Achsen-Bauweise hat, sind die 3-Achsen beim DJI Gimbal etwas seitlicher. Dadurch kommt es bei gewissen Bewegungen zu Einschränkungen. Panbewegungen, also auch Rotationsbewegungen, lassen sich nur bis zum Anschlag ausführen, was für einen Anfänger vielleicht reichen mag, mir aber zu wenig ist. Grund 3 ist die Möglichkeit, mit dem hohem Gimbal einen extrem niedrigen Winkel aufzunehmen. Das hat ebenfalls mit der Bauweise zu tun und lässt sich mit dem Osmo Mobile nur dann ausführen, wenn man den Gimbal umdreht und umgekehrt nutzt. Grund 4 betrifft das Gewicht und die Akkulaufzeit. Der hohem iSteady Mobile Plus 2022 hat ein Eigengewicht von 474 Gramm und einen 1800 mAh Akku mit einer Akkulaufzeit von knapp 13 Stunden. Der DJI Osmo Mobile 6 hat ein Eigengewicht von 309 Gramm, zusammen mit der 31 Gramm leichten magnetischen Smartphone-Klemme ergibt das 340 Gramm. Außerdem hat der DJI Gimbal fast einen halb so großen Akku, mit nur 1000 mAh soll die Akkulaufzeit etwa 6 Stunden und ein paar Minuten betragen. Grund 5 ist der Preis. Der iSteady Mobile Plus in der 2022 Edition von hohem kostet ca. 120 Euro und der Osmo Mobile 6 von DJI kostet ca. 170 Euro. Das ist ein Preisunterschied von 50 Euro. DJI kann natürlich mehr für sein Gerät verlangen. Die Marke ist bekannter, die Software und die Apps sind zeitgemäß und innovativ und der DJI Gimbal hat einen integrierten Selfie-Stick. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich den Gimbal von hohem, dem vom DJI vorziehe. Da der iSteady Mobile Plus 2022 mehr Bewegungen und Winkel zulässt, sowie eine längere Akkulaufzeit hat und etwas günstiger ist. Nutzt du auch einen Gimbal oder planst einen zu nutzen? Schreib mir deine Antwort in einem Kommentar unterhalb des Videos. Danke fürs Zuschauen. Ciao.